Warum bist du ein Locked Hero? Weil wir einfach das Teig dazu haben. Ganz einfach. Weil wir einfach straight unser Ding durchziehen und uns nicht viel scheren. Weil Alltag bewältigt. Weil immer so viele Sachen passieren, aber wir schaffen alles. Ein Held macht aus, der einfach jeden mitreißt, jeden Zuschauer mitreißt und einfach alles ins Brodeln bringt. Einfach Feuer in die Stimmung bringt. Fühlst du dich erst Held? Ein bisschen, gell? Fühlst du dich. Fühlst du dich. Was macht ein Helden aus? Ja, man spielt immer und man sagt, man hat bei Lockleerls gewonnen, das ist natürlich schön, aber man muss halt auch andere Sachen leisten, außer Lockleerls und insofern ist man immer am Ball und wenn man im BBC ist und bei Lockleerls fühlt man sich immer ein bisschen als da. Gibt es für dich überhaupt einen Helden auf der Welt? Nein, ich weiß nicht. Möglicherweise eine Heldin? Nein, die fragt doch noch nichts. Ja, und? Thanks. Untertitelung des ZDF, 2020